Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung. Sechste Ausgabe in diesem Sommersemester 2024. Wir haben uns in der letzten Woche mit dem Thema Social Media Algorithmen beschäftigt. Es gibt ja auf Social Media Plattformen, wenn man es aus der Sicht der Unternehmenskommunikation betrachtet, zwei Verbreitungswege. Das ist zum einen die sogenannte organische Verbreitung von Inhalten. Das bedeutet die Distribution über die Algorithmen. Wie Sie letzte Woche gehört haben, gibt es da unterschiedliche Faktoren. Da spielen zum einen die Social Signals, also die Likes, Kommentare, Shares und so weiter rein. Ihre persönliche History, also auf welche Inhalte Sie bisher reagiert haben. All diese Faktoren bestimmen, wie weit oder wie breit ein Inhalt auf einzelnen Plattformen ausgespielt wird. In diesem Bereich spricht man auch von viraler Verbreitung, wenn es gelingt, dass ein Inhalt, weil er besonders ansprechend ist, weil eben sehr viele Nutzerinnen darauf reagieren, sehr hohe Reichweite erhält und da ist erstmal keine finanzielle Komponente beteiligt, außer gegebenenfalls bei der Erstellung der Inhalte. Der zweite Bereich neben dieser organischen Verbreitung ist die bezahlte Schaltung von Social Media Inhalten, Social Media Ads, Advertising, Social Media Werbung. Das wird im Normalfall als Paid Social Media bezeichnet, nicht als anorganisch. In dem Fall kein Ausdruck, der dafür üblich ist. Und diese Spade Social Media bzw. diese Ads sind zum einen die wirtschaftliche Existenzgrundlage von Social Media Plattformen. Sie wissen ja, im Wesentlichen der größte Teil der Nutzung ist kostenlos. Es gibt bei einzelnen Plattformen Premium Accounts, aber im Großen und Ganzen ist für die Nutzer, für die Nutzerinnen die Verwendung von TikTok, Facebook, Twitter und so weiter kostenlos. Dort wo es Premium Accounts gibt, werden die im Normalfall nur von einem sehr kleinen Teil der Nutzerinnen verwendet. Selbstverständlich kostet der Betrieb solcher Plattformen beträchtliche Geldmengen, unterschiedliche Komponenten beteiligt. Zum einen mal die Mitarbeiterinnen des Unternehmens, von den Programmierern, Marketing bis hin zur Moderation. Dann natürlich auch der Betrieb mit der Plattform selber. Das heißt, die Infrastruktur, die benötigt wird zum Hosten, Server, Stromverbrauch. Ich glaube, Google hat täglich den, oder Google hat den Stromverbrauch einer mittleren Großstadt weltweit. Das sind also ganz beträchtliche Kosten, die natürlich refinanziert werden müssen. Und die werden über Social Media Werbung refinanziert. Was macht Social Media Advertising so interessant für die Werbetreibenden, für die Unternehmen, die dort eben ihre Botschaften platzieren? Ich würde sagen, das sind zwei Faktoren. Sie müssen natürlich als Unternehmen, als Brand, als Werbetreibender grundsätzlich immer dort hin, wo sich ihre potentiellen Kundinnen aufhalten. Wenn Sie Scooter für Kinder verkaufen und Ihre Anzeigen in einem Seniorenmagazin schalten, dann werden die Erfolge im Normalfall überschaubar bleiben. Außer, außer, Sie haben herausgefunden, dass solche Scooter sehr häufig von den Großeltern als Geschenk gekauft werden. Aber im Großen und Ganzen werden Sie schauen, wo verbringt meine Zielgruppe Zeit, welche Medien nutzen Sie und dort ihre Botschaften platzieren. Das ist mal ein ganz pragmatischer Aspekt. Und Sie wissen natürlich, wir erleben seit dem Beginn der digitalen Medien, seit dem Beginn des World Wide Web und dann auch weiter mit Social Media einen sehr, sehr großen Shift. Derzeit, und das macht diese Zeit auch für Medienwissenschaftliche Forschung ganz besonders spannend meiner Meinung nach, haben wir eigentlich vier Generationen, kann man sagen, vier Gruppen mit sehr, sehr unterschiedlichen Mediennutzungsverhalten. Ich habe Ihnen da auch ein paar Grafiken gezeigt. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, je jünger die Nutzer, Nutzerinnen, desto höher der Anteil an Social Media. Bei jungen Zielgruppen, die verwenden eigentlich so gut wie keine linearen Medien mehr. Die konsumieren sehr, sehr wenig Printprodukte. Die holen sich einen Großteil ihrer Informationen aus sozialen Medien. Da spielt natürlich die Werbung eine beträchtliche Rolle. Zum einen in Form von klassischen Advertising von Ads, dem unserer heutigen Einheit. Zum zweiten aber auch natürlich in Form von Influencer-Werbung, von Influencer-Advertising. Der zweite Faktor, neben der Tatsache, dass Sie dorthin müssen, wo die Zielgruppe, die Sie erreichen wollen, Ihre Werbung auch tatsächlich sieht, ist die sehr spezielle Form des Targeting in Social Media. Targeting bedeutet Tuning-Möglichkeiten, welche Zielgruppe Sie erreichen. Wenn Sie da sowohl an analoge Medien denken, als auch an digitale Medien in der frühen Zeit des World Wide Web, dann beschränkt sich das Targeting im Wesentlichen auf die Auswahl des passenden Mediums, beziehungsweise auf die Auswahl des passenden Channels in diesem Medium. Kleines Beispiel, wenn Sie einen Online-Sportbekleidungs-Shop betreiben und klassische Banner-Werbung geschalten hätten in den 90ern oder frühen 2000ern, dann wäre es vermutlich eine bessere Idee gewesen, diese Werbung in sportaffine Medien zu schalten oder wenn Sie jetzt beispielsweise Ihren Banner im Standard anzeigen, dann könnte es möglicherweise Sinn machen, den dort im Sport-Channel oder wenn es sich beispielsweise um einen Fahrradjob handelt, ganz konkret in Beiträgen mit Bezug zu diesem Thema anzuzeigen. Das heißt, da war die thematische Nähe eigentlich die einzige Möglichkeit des Targeting und ansonsten waren Sie eben mehr oder weniger auf die Zielgruppe angewiesen, die dieses jeweilige Medium besucht. Der Unterschied beim Social Media Marketing ist, dass sich die Werbetreibenden sehr detailliert ihre Zielgruppen zusammenstellen können nach verschiedenen Kriterien. Und Sie wissen ja, es gibt unterschiedliche Arten zu segmentieren. Es kommt jetzt ganz darauf an, für wen Ihr Produkt relevant ist. Wie funktioniert dieses Targeting? Die Werbetreibenden können die Nutzer oder können die Daten, die Social Media Plattformen über ihre Nutzerinnen gesammelt haben, verwenden, um ganz gezielt Personen mit bestimmten Interessen oder im Fall von LinkedIn in bestimmten beruflichen Positionen anzusprechen. Das macht Social Media Werbung natürlich ausgesprochen attraktiv. Wieder ein Beispiel, wenn Sie Kameras verkaufen und Sie wissen, dass die Nutzer, denen Sie Ihre Werbung anzeigen, sich in der Vergangenheit bereits für digitale Kameras interessiert haben. Beispielsweise, weil Sie einschlägige Seiten besucht haben, Company Pages oder auch Webseiten oder weil Sie auf entsprechende Inhalte reagiert haben. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Personen für Ihre Werbung interessieren, wesentlich größer, als wenn Sie die sozusagen einer zufälligen Gruppe anzeigen. Und der dritte Bereich, der sicherlich auch eine große Rolle spielt und relativ, oder sozusagen sehr spezifisch ist für den Online-Bereich, nicht für Social Advertising, sondern für Online-Werbung generell, Sie haben auch die Möglichkeit, über verschiedene Systeme einzelne Nutzer zu retargeten. Kaffee vergessen, geht gar nicht. Was bedeutet dieses Retargeting? Im ersten Schritt werden Sie versuchen, Ihre Werbebotschaft einer möglichst interessierten Gruppe anzuzeigen. Und dann werden natürlich nicht alle, die Ihre Werbung sehen, das kennen Sie ja auch aus Ihrem eigenen Nutzungsverhalten, auf diesen Link klicken. Ein kleiner Teil wird das möglicherweise tun. Von den Personen, die auf Ihre Anzeige klicken, sagen wir mal, die führt zu unserem hypothetischen Sportartikel-Shop, werden bei Weitem nicht alle das jeweils beworbene Produkt kaufen. Einige schauen sich nur um und gehen dann wieder weg. Eine Möglichkeit des Retargeting ist es, jetzt diese Personen, die einmal bereits auf Ihre Anzeige geklickt haben, ein weiteres Mal anzusprechen. Sie kennen das wahrscheinlich, oder sicher sogar, aus Ihrer persönlichen Surferfahrung, wenn Sie keine speziellen Adblocker verwenden oder sozusagen, ich sage mal das, das Internet oder Ihren Browser in der Standardkonfiguration verwenden und Sie besuchen Shopping-Seiten, surfen anschließend auf Social Media, dann werden Ihnen da sehr häufig genau die Produkte oder ähnliche Produkte wie die, die Sie angesehen haben, angezeigt. Da sind eben genau diese Tracking-Mechanismen, in dem konkreten Fall ist es so, dass dann die jeweilige Seite, also der jeweilige Online-Shop, ein Tracking-Pixel eingebaut hat, beispielsweise von Facebook. Und Facebook weiß unter Anführungszeichen, wenn Sie im Newsfeed unterwegs sind, dass Sie diese Seite besucht haben. Genau diese Datenübergabe, und das ist auch der Grund, warum ich die DSGVO, die Datenschutzeinheit, immer vor der Advertising-Einheit ansetze, die hat natürlich auch zu tun mit diesem Cookie-Opt-In. Sie wissen, wenn Sie eine Webseite das erste Mal besuchen, das ist eine der Auswirkungen, eine der konkreten Folgen der Privacy-Gesetzgebung der Europäischen Union, dann bekommen Sie dieses Cookie-Pop-Up, diesen Banner. In den frühen Jahren des Cookie-Opt-Ins hieß es da nur Cookies Ja oder Nein. Mittlerweile wird das differenzierter angezeigt. Es gibt funktionale Cookies, solche, die Sie beispielsweise brauchen, um sich auf einer Seite einzuloggen. Die kann man natürlich nicht deaktivieren, ohne die wäre kein Login möglich. Dann gibt es statistische Cookies, das sind eben Cookies, die die Seitenbetreiber verwenden, um Analysen zu erstellen. Und dann gibt es Marketing- und Tracking-Cookies. Das ist genau diese Gruppe, von der ich gesprochen habe. Und wenn Sie jetzt, wir können uns das auch in der Praxis natürlich ansehen, wenn Sie eine solche Seite aufmachen, jetzt müsste mir eine Seite einfallen, die ich in letzter Zeit nicht besucht habe. Ist ja ganz egal, sagen wir mal. Ich glaube, beim Kurier war ich schon eine Weile nicht mehr. Das ist genau dieses Pop-Up, von dem ich hier spreche. Entschuldigung, das ist jetzt kein Cookie-Pop-Up, sondern das ist sozusagen, das machen viele Medien. Da können Sie jetzt aussuchen, ob Sie die Seite werbefrei aufrufen wollen, als kostet Geld, oder ob Sie eben zustimmen. Und dann werden Sie von diesen Cookies getrackt. Und die jeweiligen Werbepartner bekommen damit sozusagen die Information, dass Sie diese Seite besucht haben. Also diese Form des Retargeting kann sehr interessant sein. Das hat damit zu tun, wie wir im kommerziellen Bereich Entscheidungen treffen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Zahnpasta zu Ende geht und Sie eine neue Zahnpasta kaufen, dann werden Sie wahrscheinlich, das nennt man Convenience-Produkte, wenn Sie eine Marke gewohnt sind, bei der bleiben. Bei Investitionsentscheidungen, Sie überlegen sich, oder Sie spielen sich schon länger mit dem Gedanken, ein neues E-Bike zu kaufen, werden Sie länger recherchieren. Und da gibt es, bis es zur tatsächlichen Kaufentscheidung kommt, eine ganze Reihe sogenannter Touchpoints. Das heißt, da macht es natürlich Sinn, potenzielle Kundinnen, potenzielle Käuferinnen mehrmals anzusprechen. Und dabei ist dieses Retargeting ebenfalls sehr, sehr hilfreich. Ich werde Ihnen heute in der Vorlesung einige Statistiken und aktuelle Daten sozusagen zum Status Quo des Online-Marketing vorstellen. Wir werden uns dann auch am Beispiel von LinkedIn konkret ansehen, wie man denn eine solche Kampagne anlegt. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, allerdings aus aktuellem Anlass noch eine kleine Anmerkung. Einige von Ihnen haben es wahrscheinlich bereits gelesen. Ich habe schon erwähnt in der vorletzten Woche, dass die Zukunft von TikTok bzw. der Besitzerfirma ByteDance in den USA relativ ungewiss ist. Damals hatte das das amerikanische Unterhaus diesen Gesetzesentwurf, nachdem TikTok in den USA verboten werden soll. Außer ByteDance verkauft das Unternehmen an eine amerikanische Firma. Die wartete auf Ratifizierung. Das ist mittlerweile überraschend schnell passiert und das war eine ganze Reihe von Gesetzen. Auch dabei das aktuelle Paket der USA an Ukrainer Hilfe und eben auch dieses TikTok-Verbot. Long story short, das Gesetz wurde jetzt im Repräsentantenhaus verabschiedet und auch bereits von Joe Biden unterzeichnet. Das heißt, das wird jetzt tatsächlich ernst für TikTok. In der Praxis bedeutet das nicht notwendigerweise, dass TikTok in den USA überhaupt nicht mehr verfügbar sein wird. Die Auswirkungen sind aber, dass US-amerikanische Nutzerinnen TikTok nicht mehr aus den offiziellen App-Stores herunterladen werden können. Die Software muss von dort entfernt werden. Ich glaube, rund 7000 Mitarbeiterinnen, die in den USA für TikTok arbeiten, werden ihre Jobs verlieren. Es wird aber vermutlich möglich sein, sich die Software zu besorgen und eventuell über ein VPN TikTok weiter zu nutzen. Selbstverständlich wird das zu einem drastischen Rückgang an Nutzerinnen führen. Und Social Media Analysten gehen auch davon aus, dass in erster Linie, das wird für Sie jetzt auch keine große Überraschung sein, YouTube, nämlich ganz konkret mit den YouTube Shorts und Instagram mit den Stories bzw. Reels sehr stark davon profitieren werden. Ich habe schon erwähnt, dass, wie Sie sich vorstellen können, eine fast geschlossene Mehrheit der amerikanischen TikTok-Creatorinnen nicht sehr erfreut ist über diese Entscheidung. TikTok wird das Gesetz auch anfechten, ist allerdings sehr zweifelhaft, ob Sie damit durchkommen. Das Argument ist Freedom of Speech, also man kann eine solche Plattform nicht verbieten. Das Argument der US-Regierung, um TikTok zu verbieten, sind Bedenken in Sachen Spionage, letztendlich also sozusagen die Nähe der Betreiberfirma zur chinesischen Regierung. Ein sehr spannender Fall, der relativ große Wellen schlagen wird und eine kleine Randnotiz, das habe ich auch erst in der Recherche herausgefunden, war mir nicht bekannt, weil ich die Social Media Kommunikation von Joe Biden nicht sehr intensiv verfolge. Es gibt dieses Meme, Dark Brandon, sozusagen ein alter Ego von Joe Biden. Das ist so ein Foto, wo er eine Sonnenbrille trägt und aus den Augen kommen soll Laserstrahlen. Und in den USA ist ja der Präsidentschaftswahlkampf in vollem Gang und das Team von Joe Biden hat diesen Dark Brandon immer wieder auf Joe Bidens TikTok-Account gepostet. Immer dann, wenn er quasi einen Erfolg gegen Donald Trump erzielt hat. Das ist ganz interessant, dieser Dark Brandon wird in Zukunft dann wohl auch auf YouTube zu finden sein. Ich habe auch bei vielen Analysten gelesen, dass TikTok nicht ganz unschuldig dran ist. Es gab die Diskussion über die Gefährlichkeit, über das potenzielle Verbot der Plattform bereits im Vorjahr. Und damals hat TikTok die amerikanischen Nutzerinnen aufgefordert, einen Brief an ihren Abgeordneten zu verfassen. Sie wiesen ja ein relativ gängiges Protestmittel in den USA. Allerdings haben die nicht nur, haben sie nicht bei der Aufforderung belassen, sondern die haben direkt einen Button in die App eingebaut in den USA, mit denen man sozusagen direkt dort seine Nachricht absenden konnte und ich glaube sogar auch anrufen. In jedem Fall führte das voriges Jahr dazu, dass viele Abgeordnete aufgrund dieser Funktion tagelang lahmgelegt waren aufgrund der Flut von Nachrichten. Auch das hat sicherlich nicht unbedingt zu einem positiven Image beigetragen. Aber long story short, es ist ausgesprochen zweifelhaft, ob in einigen Wochen TikTok in den USA noch offiziell verfügbar sein wird. Selbstverständlich betrifft das und das ist auch eine Dimension von Social Media in Sachen Internationalisierung. Selbstverständlich betrifft das nicht ausschließlich die US-amerikanischen TikTok-User. Sehr viele große Accounts befinden sich dort. Das wird sich natürlich auch auf die gesamte TikTok-Ökonomie auswirken. Es fallen ja jetzt beispielsweise auch für europäische Nutzerinnen, die Inhalte auf Englisch produzieren, eine ganze Reihe potenzieller Zuseherinnen weg. Das nebenbei erwähnt, damit wieder zurück zum Thema Social Media Advertising. Und eine Anmerkung noch zur heutigen Einheit. Wir werden uns beim nächsten und übernächsten Mal auch noch mit den Themen Storytelling und Influencer Marketing beschäftigen. Natürlich spielt bei Social Media Kampagnen klarerweise die Gestaltung der Kampagne eine entscheidende Rolle. Eine Sache ist das Targeting und die Zielgruppe, das ganze Setup Ihrer Kampagne. Die zweite Sache ist natürlich die Botschaft selber. Wir konzentrieren uns heute, wenn Sie so wollen, auf den technischen Bereich. Einige Beispiele für erfolgreiche Social Media Kampagnen im Hinblick auf Storytelling werde ich Ihnen dann in der entsprechenden Einheit präsentieren. Zuerst einige aktuelle Statistiken. 2023 war die durchschnittliche CTR-Klick-Through-Rate von Social Media Ads quer über alle Plattformen 1,21%. Was bedeutet das? 100 Personen sehen ihre Anzeige, 1,21 Personen klicken drauf. Oder wenn man das Ganze dann entsprechend aufrundet, bei 10.000 Personen, die ihre, oder hochskaliert nicht aufrundet, bei 10.000 Personen wären es dann 121, die auf ihre Anzeige klicken. Das heißt, dieses 1 plus Prozent, das ist sozusagen der Prozentsatz Ihrer Zielgruppe, die Sie im Durchschnitt motivieren können, auf Ihre Werbung zu klicken. Das würde dann beispielsweise dazu führen, dass die jeweilige Person dann auf Ihrem Online-Shop landet. Und dort ist dann wieder die Frage, das wäre die Conversion-Rate, wie viele kaufen dann tatsächlich ein Produkt. Natürlich unterscheidet sich diese Rate bei einzelnen Kampagnen sehr, sehr stark. Ich manage auch selber seit Jahren für viele Unternehmen Social Media Kampagnen. In der Praxis reicht das natürlich bei sehr schlecht funktionierenden Kampagnen von 0,1% Klickrate bis hin zu erfolgreichen Kampagnen. So die besten Beispiele, die ich kenne, das sind aber auch tatsächlich eher Ausnahmen, 7-8% Klickrate. Es gibt auch geringfügige Unterschiede zwischen den Plattformen. Auf LinkedIn ist die durchschnittliche Klickrate deutlich höher als etwa auf Facebook und Twitter. Aber wenn wir Social Media als Ganzes betrachten, kommen dabei eben diese 1,21% raus. Ist das viel oder wenig? Wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man diese Rate quasi mit anderen Medienformen vergleichen. Jetzt gibt es natürlich bei Fernsehwerbung keine Klickmöglichkeit. Aber die Frage ist sozusagen, wie viele Personen können sie durch andere Werbeformen aktivieren? Und das schneidet Social Media gar nicht so schlecht ab. Wie viele Unternehmen nutzen diese Möglichkeit der Werbung? Ebenfalls 2023 waren es etwas mehr als drei Viertel der Unternehmen. 77% nutzen oder nutzten zumindest testweise oder auch laufend Social Media Advertising. Und mittlerweile, das ist auch ein guter Indikator dafür, wie sehr Social Media im Mainstream angekommen ist, folgen 90% aller Social Media Nutzerinnen mindestens einem oder mehreren Brands auf einer oder mehreren Plattformen. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren erlebt, auch sozusagen im Zuge der Entwicklung von Social Media, dass die organische Reichweite grundsätzlich nach unten geht und Unternehmen eher gezwungen sind, mehr Geld für bezahlte Werbung auszugeben. 76% aller Social Media Nutzerinnen, da gab es mehrere groß angelegte Untersuchungen dazu, sagen, dass sie bereits einmal etwas gekauft haben, weil sie das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung auf Social Media gesehen haben. Das heißt, das sind auch knapp über drei Viertel, das ist schon ein sehr, sehr großer Anteil der Gesamtkonsumentinnen, deren Kaufentscheidungen eben durch Social Media beeinflusst werden. Wie und in welcher Form das passiert, hängt sehr vom Alter ab. Millennials vertrauen Influencer-Empfehlungen weit mehr als traditionelle Werbung. Auf Instagram gab es 2023 knapp 5 Millionen Beiträge mit dem Hashtag Ad, sozusagen gesponserte Influencer-Beiträge und das gesamte Spending im Influencer-Bereich betrug in diesem Jahr ebenfalls knapp 4,5 Milliarden Dollar. Wenn Sie sich mal gefragt haben, was kostet es eigentlich, die Unternehmen oder die Coaches, die die nervige Unterbrecher-Werbung auf YouTube schalten, diese Art von YouTube-Werbung ist ein Gebot-System, wie alle Social Media Werbepreise. Das heißt, je nachdem, wie viele Kunden auf dieses Video, auf dieses Thema bieten möchten, kostet die Anzeige für Sie mehr oder weniger. Die andere Frage ist, beim klassischen Influencer-Marketing, da bezahlen Sie Geld ja nicht an die jeweilige Plattform, sondern an den Creator, an den Ersteller des Videos. Und da war es voriges Jahr so, die wiederum die durchschnittlichen Kosten am unteren Ende der Skala, das hängt natürlich von der Aktivität und Popularität des jeweiligen Channels ab, für ein YouTube-Video mit einer Million, also so ein Video zu sponsern, um Ihr Produkt darin herzuzeigen, kostete 2023 mindestens 2500 Dollar, bis hin zu dem oberen Ende der Skala 20.000 Dollar. Da ist Instagram vergleichsweise günstiger. Der durchschnittliche Preis für ein gesponsertes Instagram-Posting, nicht Video, sondern ein normales Instagram-Posting, auf einem Account mit einer Million Follower lag bei 1200 Dollar. Bei TikTok sind die Preise ganz ähnlich. TikTok-Post, das natürlich notwendigerweise immer ein Video ist, kostete 2023 so ein Influencer-Post im Durchschnitt 1034 Dollar. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr breiter Range und hängt natürlich sehr, sehr stark mit der Bekanntheit und Popularität des Creators zusammen. Eines ist klar, in der Produkt-Discovery, im Entdecken neuer Produkte, spielt Social Media eine immer größere Rolle. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen sind Social Media-Ads mittlerweile der wichtigste oder der Hauptweg, auf dem die Benutzerinnen über neue Produkte erfahren. Sie wissen ja, im klassischen Marketing gibt es unterschiedliche Stages im Fundle. Wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann muss Ihre Zielgruppe, bevor Sie darüber nachdenken, dieses Produkt gegebenenfalls zu kaufen, erst einmal davon erfahren. Und da spielt Social Media eine ganz, ganz große Rolle, seien es jetzt klassische Werbeanzeigen oder eben Influencer-Ads. In Sachen Reichweite und Quantität hat Facebook trotz aller Skandale und trotz der wahrgenommen sinkenden Popularität die Plattform noch immer deutlich die Nase vorn. Instagram, das ja auch zum Meta-Universum gehört ist, auf Platz 2. Und TikTok auf Platz 3 noch, das könnte sich ja aber durchaus ändern. Ich habe Ihnen vorher gesagt, die durchschnittliche Klickrate 2023 lag bei 1,21%. Interessanterweise, es gibt von Statista, diese Zahlen unterscheiden sich oft geringfügig, hängt davon ab, welche Datenquellen verwendet werden. Im Normalfall arbeiten die Unternehmen mit einem Sample, weil sie ja gar nicht Zugriff auf alle Daten haben, den haben nur die Plattformen. Aber laut Statista lag die durchschnittliche Klickrate im ersten Quartal 2024 bereits bei 1,36%. Also man könnte sagen, Werbetreibende wären besser darin, die passenden Botschaften auszuspielen. Und die Ausgaben für Social Media Advertising überstiegen 2023 weltweit erstmals die 200 Milliarden Marke. Das wird natürlich auch heuer wieder passieren. 2023 waren es 2007 Milliarden, die ausgegeben wurden. Analysten rechnen für 2024 mit knapp 2050 Milliarden weltweiten Social Media Budget. Es gibt aktuell knapp 5 Milliarden, nämlich 4,9 Milliarden Social Media Identitäten. Warum Identitäten? Aktiv betriebene Accounts, Personen, die auf Social Media aktiv sind, nutzen natürlich häufig mehr als einen Kanal. Aber das entspricht aktuell, da sind zwar Dubletten drin, aber das entspräche 60,6% der aktuell gesamten Weltbevölkerung. Wachstumsrate ist nach wie vor sehr hoch. Es gibt aktuell in jeder Sekunde 9,6 oder aufgerundet 10 neue Social Media Nutzerinnen oder besser gesagt 10 neue Accounts auf den Plattformen. Also noch keine Rede von Sättigung. Die Zeit, die wir auf den Plattformen verbringen, wird ebenfalls immer länger. Der durchschnittliche amerikanische Social Media Nutzer verbrachte 2023 2 Stunden und 24 Minuten. Wiederum auch gerechnet quer über alle Social Media Portale. Auch interessant, natürlich haben sehr viele Nutzerinnen eine bevorzugte Plattform, aber nichtsdestotrotz, der Durchschnittsnutzer, die Durchschnittsnutzerin verwendet im Monat 6,7 verschiedene Plattformen. Also da sieht man schon, dass die Personen, die Social Media aktiv verwenden, beschränken sich eigentlich nur in seltenen Fällen auf eine einzelne Plattform. Wenn man sich die Zahlen jetzt etwas genauer ansieht, da gibt es die Meltwater, ein Social Media Analyseunternehmen, die da immer aktuelle Statistiken veröffentlichen, dann sieht man schon, dass sich da sehr viel verändert hat in den letzten Jahren. Was Sie hier in dieser Grafik sehen, ist die Entwicklung der Ad Spendings, also der Social Media Budgets von 2017 bis 2023 und ab hier, das sind sozusagen die prognostizierten oder die projizierten Werte. Interessant, bereits ab 2017 ist der schwarze Anteil des Balkens hier beträchtlich höher. Das ist das Budget auf, also das Werbebudget, das für Social Media Werbung auf mobilen Geräten ausgegeben wird. Der blaue Anteil des Balkens ist die Werbung, die auf Desktops ausgespielt wird. Hat natürlich damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren auch einen sehr, sehr deutlichen Trend gesehen haben, hin zu einer immer stärkeren Nutzung von Social Media Plattformen eben am Smartphone. Und ja, wie bereits erwähnt, wollen natürlich die Werbetreibenden dort präsent sein, wo sich ihre Kundinnen aufhalten. 5 Milliarden, diese Zahlen sind etwas aktueller, die sind bereits von Jänner 2024, da waren es schon über 5 Milliarden Social Media Identitäten, also aktiv betriebene Accounts. Das entspricht einem Zuwachs von 1,5% oder 75 Millionen Social Media Accounts gegenüber Q4 2023. Und ja, 2 Stunden, 23 Minuten ist die durchschnittlich verbrachte Zeit. In den USA etwas höher, da sind die weltweiten Nutzungszeiten hier. 6,7 die Zahl der verwendeten Plattformen. Und ja, über 60% der Gesamtbevölkerung. Und hier Social Media User Identities versus Individuals using the Internet. 94,2, was bedeutet diese Zahl? Also von 100% aller Internetnutzer verwenden 94% Social Media oder anders gesagt 6% sind abstinent und surfen zwar im Internet, aber ohne sich dabei auf Social Media Plattformen aufzuhalten. Verhältnis Männer und Frauen ist relativ ausgeglichen, entspricht aber nach wie vor nicht ganz der Gesamtbevölkerung. Die meistverwendeten Plattformen, das sieht man schon sehr deutlich, da liegt Facebook ganz, ganz weit vorne eigentlich. Das sind ebenfalls alles Zahlen von Jänner 2024, sind die aktuellsten, die ich finden konnte. Auf Platz 2 YouTube, wobei eben wie gesagt, YouTube ist sicherlich ein Sonderfall im Reigen der Social Media Plattformen. Natürlich ist es eine Social Media Plattform, aber zugleich auch ein Videoarchiv, ein Videohosting-Tool. Von den Nutzerzahlen her folgt dann WhatsApp, hat mich persönlich durchaus recht überrascht. Aber das hängt natürlich auch immer mit dem persönlichen Bias zusammen. Ich verwende WhatsApp so gut wie ausschließlich zur Kommunikation, entweder One-to-One oder in Gruppen. Es gibt aber einen beträchtlichen Anteil an Nutzerinnen, die WhatsApp tatsächlich auch als Informationskanal verwenden, also dort bestimmte Feeds und so weiter abonnieren. Auf Platz 4, mehr oder weniger gleich auf mit Instagram, kommt WhatsApp. Dann folgt TikTok mit 1,5 Milliarden. WeChat, allerdings nur relevant im asiatischen Bereich. Facebook Messenger, der ist hier extra aufgeführt, weil ja vor einigen Jahren Facebook auch den Messenger aus der Applikation rausgebrochen hat. Natürlich ist es nach wie vor eng verzahnt, aber technisch gesehen ist es eine eigene Applikation. Danach Telegram, Duyin, ebenfalls im asiatischen Bereich. Snapchat, eigentlich die von den größeren Social Media Plattformen, die mit dem geringsten Wachstum. Snapchat hat jetzt schon einige Jahre so um die 700 Millionen. Kuaishu, vor allem im ostasiatischen Bereich populär. Twitter, seit der Übernahme durch Elon Musk hier einigermaßen am absteigenden Ast. Weibo, ebenfalls ein asiatisches Netzwerk. Kuku und dann hier an letzter Stelle Pinterest, die populäre DIY-Plattform. Das sind so die meistbenutzten Plattformen und das sind auch die Kanäle, die für Werbetreibende aus diesem Grund natürlich am relevantesten sind. Wenn man das Ganze jetzt runterbricht auf die unterschiedlichen Altersgruppen, also hier eingeteilt nach Gen Z, Millennials und Gen X, ByteDance, das ist eben die Betreiberfirma, die Besitzerfirma von TikTok, dann sieht man, dass sich die Nutzung hier sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Insgesamt, wie Sie es auf der vorigen Folie gesehen haben, ist Facebook zwar weit vorne, bei den jüngeren Zielgruppen liegt aber mittlerweile TikTok deutlich vor Facebook. Facebook wird eben ganz interessant, wenn sich das in den USA verändert, wie gesagt, ob YouTube oder Instagram da den größeren Push bekommen werden. Dann haben wir hier bei den Millennials und bei der Gen X Facebook ganz klar auf Platz 1, auf Platz 2, hier Instagram, hier Twitter und ja, Instant Messenger, auch da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Gen Z sind offenbar, wobei ich muss sagen, das ist glaube ich mehr in den USA, in Europa hätte ich nicht so viel davon bemerkt, große Discord-Fans. WhatsApp am Platz 2, bei den anderen beiden Gruppen hier WhatsApp auf Platz 1. Also da sieht man auch schon an der Popularität, geclustert nach Altersgruppen, dass es da tatsächlich drastische Unterschiede gibt. Was Sie auf dieser Grafik hier sehen, ist zum einen eine ganze Reihe von Distributionen. Hier die Verteilung von Männern und Frauen, da habe ich Ihnen auch vorhin gezeigt, eigentlich wenn man sich die Gesamtverteilung anschaut, nur ein geringer Überschuss an Männern sozusagen. Nach Plattformen sieht es dann schon deutlich anders aus. Facebook wird mehr von Frauen verwendet und hier, was wir hier in dieser Grafik haben, das sind die Regular News Consumers, also Personen, die die Plattform regelmäßig verwenden, nicht die Gesamtpopulation, die sich hier ihre Informationen holen. Bei den Männern liegen YouTube und Twitter vorne, Instagram ebenfalls etwas weiblicher, Reddit, TikTok. Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, genauso auch hier in den Altersgruppen, aufgeschlüsselt da nach den klassischen Alterssegmenten, 18 bis 29, 30 bis 49 und so weiter. Da sieht man schon, dass in dieser Gruppe, in der 30 bis 49-Jährigen ist Facebook sehr, sehr stark, in den anderen weit weniger. Und es gibt natürlich auch, wie man es von anderen Mediengattungen erkennt, deutliche Nutzungsunterschiede je nach dem Bildungsniveau. Und hier in den USA, da ist das beträchtlich leichter darzustellen. Wir in Österreich werden ja möglicherweise nach den nächsten, nach den kommenden Nationalratswahlen mehr Parteien im Parlament sitzen haben als jemals zuvor. Die USA haben im Wesentlichen ein Zweiparteien-System aus Republikanern und Demokraten. Und auch hier gibt es sehr, sehr unterschiedliche Präferenzen, je nach politischer Einstellung, welche Netzwerke hier bevorzugt werden. Warum zeige ich Ihnen diese Daten in einer Einheit über Advertising? Weil das natürlich sehr, sehr relevant für die Werbetreibenden ist im Hinblick darauf, wo befindet sich unsere Zielgruppe, welche Netzwerke verwenden die überhaupt. Hier sehen Sie die Aufteilung nach US Adults 2022 und 2023. Sieht man, dass vor allem Twitch dazugewonnen hat. Be Real, ich glaube, das haben wir in der Vorlesung noch nicht erwähnt, ein relativ neues Social Media Network, das angetreten ist, um, wie soll man sagen, seine Benutzerinnen zu Authentizität zu zwingen. Wenn sie Be Real verwenden, werden sie, ich glaube, einmal am Tag, oder man kann es einstellen, aufgefordert ein Foto zu machen. Also spontan sozusagen soll das Ganze authentischer machen. Ein bisschen eine Gegendese zur schönen Scheinwelt von Instagram, aber dennoch weit hinten. Aber Sie sehen im Wesentlichen auf dieser Grafik, eigentlich haben alle Plattformen außer Pinterest im Jahresvergleich 2022-2023 an Aktivität und Nutzerinnen dazugewonnen. Das Verhältnis Gesamtbevölkerung zu Social Media Nutzerinnen unterscheidet sich sehr, sehr stark nach Ländern. Wenig überraschend, Nordeuropa, Westeuropa, Südeuropa, sehr, sehr hohe Nutzungsraten, genauso wie Nordamerika. Gerade in Skandinavien und auch Benelux-Staaten sind ausgesprochen Social Media affin, aber auch in Ostasien haben wir hier sehr, sehr hohe Durchdringungsraten. Hängt natürlich auch mit dem jeweiligen ökonomischen Entwicklungsgrad der einzelnen Länder zusammen. Ich habe auch schon mal erwähnt, die Differenzierung der einzelnen Social Media Plattformen kann man natürlich vornehmen nach den Features. Denken Sie auch an das Klassifikationsmodell, an die Social Media Building Blocks. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei aber, mit welcher Intention, mit welcher Absicht verwenden die Nutzerinnen die jeweiligen Plattformen. Das ist auf dieser Grafik ganz gut zusammengefasst. Facebook und Facebook Messenger ist ganz klar verortet im privaten Bereich. Sie informieren sich über Vorkommnisse, Geschehnisse, aktuelle Dinge innerhalb ihres erweiterten Freundeskreises. Instagram, wenn man es von den aktiven Nutzern her sieht, in erster Linie ein Platz zum Teilen von Fotos. Von der passiven Benutzung her in erster Linie Inspiration, Entertainment. Pinterest sehr stark verortet im DIY-Bereich. Reddit häufig auch bezeichnet als die Startseite des Internet. Und ich bin selber immer wieder überrascht, wie ich habe es schon mal erwähnt, wenn Sie sehr tiefe Suchen machen, dann landen Sie früher oder später fast unweigerlich auf Reddit. Ich muss auch sagen, hat sich in den letzten Jahren für mich eigentlich als die interessanteste und schnellste Informationsquelle herausgestellt. Bei Reddit finden Sie alles sofort. Ob es stimmt, ist dann wieder eine andere Frage. Also da muss man normalerweise mehr nachrecherchieren. LinkedIn, ja jetzt auch wenig Überraschung, sehr klar im Business-Bereich. Unternehmenskommunikation, aber natürlich auch genauso. Job finden, Karriereplanung. TikTok eigentlich ähnlich positioniert wie Instagram, sehr im Entertainment-Bereich. Snapchat ganz klar in einer jungen Zielgruppe von Anfang an. Mit einem sehr starken Privacy bei Design-Gedanken entwickelt, mit den selbstlöschenden Postings. Und Twitter war mal, würde ich sagen, ein sehr relevanter Nachrichtenkanal. Ist aber mittlerweile, hat sehr viele Werbetreibende verloren und tut sich, könnte man sagen, seit Elon Musk das Moderationsteam mehr oder weniger geschlossen gefeuert hat. Auch sehr, sehr schwer mit der Refinanzierung. Wenn wir über Engagement sprechen, das ist jetzt hier die gesamte Engagementrate, organisch und bezahlt. Dann gibt es, auch das ist wichtig zu wissen, wenn Sie selber mal Social-Media-Kampagnen managen, drastische Unterschiede zwischen einzelnen Branchen. Also man könnte sagen, manche Branchen sind beträchtlich Social-Media-affiner als andere. Und ich habe Ihnen da nur Facebook als Beispiel hergenommen. Das sieht man in anderen Branchen ganz genauso. Ist etwas klein. Ich zeige es Ihnen hier nur mal. Ganz geringe Interaktionsraten haben wir hier im Bereich Health & Beauty mit 0,02%. Tech und Software. Retail, also klassischer Handel mit 0,3%. Fashion, auch nicht großartig. Sehr hohe im Durchschnitt eben Engagementraten. Erzielen auf Facebook Inhalte über Alkohol mit 0,10%. Higher Education. Fashion, Influencer-Beiträge, aber auf Platz 1 Sports-Teams. Kann man sich auch leicht vorstellen, welche Arten von Sujets da vermutlich bei bezahlten Kampagnen besser bzw. weniger gut funktionieren. Auf Instagram zeigt sich ein ähnliches, aber doch etwas anderes Bild. Auch hier schneidet Alkohol relativ gut ab. Fashion natürlich beträchtlich besser. Auch Food und Beverages. Sports ist hier ebenfalls zwar bei den Tops, aber Higher Education ist auf Instagram eigentlich der Themenkomplex mit 2,99% mit der höchsten Interaktionsrate. Wird Ihnen vielleicht auch aufgefallen sein oder den von Ihnen, die die erste Übungsarbeit aufgegeben haben, abgegeben haben, die Universität Wien betreibt ja auch einen sehr aktiven TikTok-Kanal. Soviel also zu den Engagementraten und ein paar demografischen Daten. Wie sieht es jetzt konkret aus mit der Social Media Werbung? Ich glaube, das lässt sich am einfachsten demonstrieren. Wenn ich Ihnen ein Beispiel zeige, wir werden gemeinsam eine Kampagne anlegen. Ich zeige Ihnen das im LinkedIn Ad Manager. Erstens, weil ich mich da am besten auskennen, aber ich habe auch sehr viele Facebook-Kampagnen und andere Kampagnen gemacht. Ich nutze den ganz gern für die Demos, weil die Struktur im Vergleich zum Facebook Ad Manager wesentlich einfacher ist. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Punkt, der durchaus typisch ist für Social Media Advertising. Alle Plattformen bieten solche Self-Service-Tools, in denen Sie als Werbetreibende Ihre Kampagnen selbst anlegen können. Das funktioniert relativ einfach. Natürlich ist es hilfreich, hier Erfahrung und Wissen zu haben. Unternehmen gehen unterschiedlich vor. Manche Unternehmen beauftragen Agenturen mit dem Management der Kampagnen. Andere holen sich externe Coaches und erstellen die Kampagnen gemeinsam mit denen. Wieder andere holen sich Inhouse-Marketer. Bevor ich Ihnen grundsätzlichen Prinzipien einer Social Media Kampagne und die Targeting-Möglichkeiten zeige, möchte ich Ihnen aber noch ein legendäres Video vorspielen. Sie erinnern sich vielleicht, das hat jetzt mittlerweile auch schon sechs Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, das war dann 2018, also zwei Jahre vor Covid, war Mark Zuckerberg zu einem für ihn vergleichsweise unangenehmen Date im US-Congress eingeladen. 44 Senatoren stellten ihm bei diesem Hearing Fragen. Das Hearing war das Ergebnis einer, ich sage mal, Serie recht zwielichtiger Aktivitäten auf Seiten Facebooks. Zum einen gab es den sogenannten Cambridge Analytics-Skandal. Ein britisches Unternehmen, das Daten aus Facebook mit Hilfe einer Games-Applikation Daten absaugte und diese dann für politische Werbung verwendete. Und zum zweiten ein generell, ich sage mal, zunehmendes Misstrauen der Politik gegen den starken Einfluss von Facebook. Einer in Sachen Datenschutz, aber auch in Sachen politische Beeinflussung. Sie finden dieses Hearing, ich werde es Ihnen auch verlinken, wenn Ihnen mal wirklich fahrt ist, in voller Länge. Ich glaube, das waren fünf oder sechs Stunden. Ich habe hier nur einen kurzen Clip, auf dem Sie einige der Highlights sehen. Und der passt sehr gut zu unserem Thema, weil tatsächlich in diesem Video einige der Problembereiche von Social Media Advertising angesprochen werden. Aber hören Sie selbst. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Cambridge Analytica wasn't using our services in 2015, as far as we can tell. So this is clearly one of the questions that I asked our team as soon as I learned about this, is why did we wait for its last month to ban them? It's because as of the time that we learned about their activity in 2015, they weren't an advertiser, they weren't running pages. So we actually had nothing to ban. There's a very common misperception about Facebook, that we sell data to advertisers. And we do not sell data to advertisers. We don't sell data to anyone. Well, you clearly rent it. What we allow is for advertisers to tell us who they want to reach, and then we do the placement. This is an ongoing arms race. As long as there are people sitting in Russia, whose job it is to try to interfere with elections around the world, this is going to be an ongoing conflict. What I can commit is that we're going to invest significantly, because this is a top priority, to make sure that people aren't spreading misinformation, or trying to interfere in elections on Facebook. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um... Uh... No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no. I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Is it an alternative to Facebook in the private sector? Uh... Yes, Senator. The average American uses eight different apps... ...to communicate with their friends and stay in touch with people. Okay. Ranging from texting apps to email to... Which is the same service you provide? Well, we provide a number of different services. Is Twitter the same as what you do? It overlaps with a portion of what we do. You don't think you have a monopoly? Uh... It certainly doesn't feel like that to me. Okay. Which are you? Are you a tech company? Are you the world's largest publisher? Do we feel a responsibility for the content on our platform? The answer to that, I think, is clearly yes. And... But I don't think that that's incompatible with fundamentally at our core being a technology company where the main thing that we do is have engineers and build products. Have you ever collected the content of phone calls or messages through any Facebook application or service? Senator, I don't believe we've ever collected the content of phone calls. We have an app called Messenger that allows people to message their... Mostly their Facebook friends. I assume Facebook's been served as subpoenas from the Special Counsel Mueller's office. Is that correct? Yes. Have you or anyone at Facebook been interviewed by the Special Counsel's office? Yes. Have you been interviewed? I have not. I... I have not. Others have. I believe so. And I want to be careful here because that... Our work with the Special Counsel is confidential and I want to make sure that in an open session I'm not revealing something that's confidential. So, I'll just tell you... Let's talk to you once again. So, how are you doing? Also, wie gesagt, das gesamte Hearing ist auf YouTube verfügbar. Es ist sehr interessant in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wie sich Mark Zuckerberg da teilweise um die Fragen rumwinden muss und zum anderen, aber auch das muss man fairerweise sagen, sehr viele Missverständnisse auf Seiten der Senatoren. Tatsächlich ist es nämlich so und das ist sehr zentral und wichtig zu verstehen beim Thema Social Media Werbung, Facebook verkauft ja tatsächlich keine Datensätze an die Werbetreibenden, sondern stellt denen nur unter Anführungszeichen die Möglichkeit zur Verfügung eine bestimmte Personengruppe zu erreichen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Facebook-Kampagne schalten und Sie targeten auf ein bestimmtes Interesse, zum Beispiel Katzenhalter, dann ermöglicht es Ihnen Facebook allen Personen, denen Facebook dieses Interesse Katzen oder Katzenhaltung zuordnet, ihre Werbung anzuzeigen, möglicherweise in einem bestimmten Land oder in einem bestimmten örtlichen Bereich. Sie als Werbetreibender erhalten aber nicht die Identitäten, die Namen sozusagen, die konkreten Daten dieser Personen, sondern die sehen ihre Werbung und wenn die dann draufklicken und ihre Werbung führt beispielsweise zu einem Katzen-Newsletter und die registrieren sich dort und hinterlassen ihre E-Mail-Adresse, ab dem Punkt kennen sie dann sozusagen die Identität, aber Facebook und andere Social Media Plattformen agieren da unter Anführungszeichen nur als Vermittler. Was natürlich ganz, ganz wesentlich ist und mitentscheidend war oder vielleicht sogar hauptentscheidend für den Erfolg von Social Media Advertising, Sie haben ja auf klassischen Webseiten den Inhalt und normalerweise sind dann irgendwo außenrum, links, rechts, Banner. Auf Social Media Plattformen haben Sie hier die organischen Inhalte, Studienkollege von mir und die Werbung, die Anzeigen, auf Twitter genau das gleiche wie auf LinkedIn und Facebook, die tauchen hier mitten im Feed auf. Jetzt, wenn Sie an die Grafik zurückdenken, der mobile Bereich ist mittlerweile der wesentlich wichtigere. Hier am PC ist da auch Platz, Anzeige, aha, Sideformand 45+, schaut sehr seriös aus. Da haben Sie Platz, etwas neben dem Content anzuzeigen. Wenn Sie an das Smartphone denken, dann nimmt natürlich der Newsfeed mehr oder weniger bereits den gesamten Bildschirmspace ein und sozusagen diese Idee oder die Ausspielung der Anzeigen direkt im Content-Bereich zwischen quasi den organischen Inhalten, die war sozusagen überhaupt insgesamt ein Durchbruch für die mobile Werbung. Das ist, wie gesagt, genau das gleiche in grün, ob Sie da durch Facebook oder LinkedIn scrollen, Sie haben Ihre organischen Inhalte und dazwischen tauchen dann die Werbeanzeigen auf. In der Regel haben Werbeanzeigen immer einen externen Link, so wie hier. Klickt man dann drauf, kommt auf die jeweilige Landingpage. Hier haben wir jetzt so eine Cookie-Anzeige und da sehen Sie es, die notwendigen Cookies, das sind eben die technischen. Dann gibt es External Media, das sind Inhalte, die beispielsweise von YouTube geladen werden, Statistik und Marketing. Wenn ich jetzt hier alle akzeptiere, ermögliche es, indem ich in dem Fall dem FH-Technikum Wien.at mir später, wenn ich das nächste Mal auf Facebook oder LinkedIn dort irgendwo eingeloggt bin, mir wiederum Retargeting-Werbung anzuzeigen. Wie gestaltet man nun solche Kampagnen? Ich schalte jetzt mal hier in das Browserfenster etwas größer. Das ist LinkedIn's Ad-Manager. Sie können sich so einen Kampagnen-Manager vorstellen wie eine Folder-Struktur. Es gibt quasi Kampagnen-Gruppen im ersten Schritt. Eine solche Kampagnen-Gruppe kann mehrere Kampagnen enthalten und eine einzelne Kampagne enthält dann wiederum mehrere Anzeigen. Wenn man eine solche Kampagne erstellt, und wie gesagt, das ist der LinkedIn-Ad-Manager, aber es funktioniert auf Facebook vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich, müssen wir unserer Kampagne im ersten Schritt mal einen Namen geben. Und im zweiten Schritt, Bild ein wenig heller, ich glaube, dann können Sie es besser lesen, im zweiten Schritt wählt man ein Ziel für diese Kampagnen aus. Und diese Ziele sind auch auf Facebook ähnlich benannt. Awareness, Consideration und Conversions stehen im Zusammenhang mit dem Online-Marketing-Funnel. Awareness sind Werbekampagnen, wo es in erster Linie um möglichst breite Ausspielungen geht. Wie der Name schon sagt, Personen sollen ihr Produkt erstmal kennenlernen, sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung existiert. Consideration wäre entsprechend sozusagen der zweiten Stage im Funnel. Das bedeutet Anzeigen, die transaktionsorientiert sind. Das heißt, ihr Ziel ist es hier nicht nur, dass die Personen ihr Logo, ihre Botschaft sehen, sondern die sollen entweder auf einen Link klicken, eine Newsletter abonnieren, ihren Beitrag liken, ihrer Seite folgen oder ihr Video ansehen. Und hier im dritten Bereich, diese Conversion-Kampagnen, da geht es eben tatsächlich darum, dass jemand seine Daten hinterlässt. Im Fall von Link, denn das ist hier spezifisch, dass wenn Sie als Unternehmen, Sie können auch Werbung für Jobs schalten, dann wären das Bewerbungen, für die Sie hier bezahlen. Das heißt, Sie legen in einem ersten Schritt mal fest, was Sie mit Ihrer Kampagne erreichen möchten. Ich wähle uns jetzt hier mal Webseitenbesuche aus und dann gibt es natürlich einen Zeitplan. Das heißt, entweder lassen Sie Ihre Kampagne unbegrenzt laufen, das macht im Normalfall eher nicht, oder Sie legen ein Start- und ein Enddatum mit einem Budget fest. Ich glaube, das ist mal relativ selbsterklärend. Worum es mir hier geht in erster Linie, ist dieser Screen. Schauen wir mal, ob ich das so, ja, kannst du so groß machen, dass wir es übereinander haben. Was Sie hier sehen, ist die Zielgruppe. Und in einem ersten Schritt, ich setze die mal zurück, da merkt sich nämlich immer die letzte Einstellung. So, setze ich mal die Zielgruppe mal zurück. Im ersten Schritt beginnen Sie mit der Festlegung eines Ortes. Wenn ich jetzt hier mal Österreich eintrage, das geht im Normalfall auf Länderebene oder auch auf Ebene von Postleitzahlen. Bei Facebook können Sie auch einen konkreten Umkreis in Kilometern eingeben. Ist jetzt die einzige Zielgruppeneinstellung, ich möchte Personen in Österreich erreichen. Und LinkedIn sagt mir jetzt hier in dieser Prognose, in diesen prognostizierten Ergebnissen, die Größe meiner Zielgruppe beträgt 2,4 Millionen. Ich habe ja nur Österreich eingegeben, das heißt, das sind jetzt erstmal alle Österreicherinnen, die einen LinkedIn-Account besitzen. Und dann werden wir in einem zweiten Schritt diese Zielgruppe entsprechend einschränken, je nach dem Produkt, das wir bewerben möchten. Dazu gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Mit dieser weiteren Eingrenzung der Zielgruppe gibt es zum einen die Möglichkeit, Listen hochzuladen. Wenn Sie beispielsweise eine Liste von Unternehmen haben, die für Sie relevante Zielkunden sind, LinkedIn ist eine B2B-Plattform, deswegen spielen hier Unternehmen immer eine große Rolle, können Sie diese Liste hochladen und dann Mitarbeiterinnen dieser Unternehmen ihre Anzeigen anzeigen. Sie haben hier Retargeting-Möglichkeiten, das hängt jetzt von Ihrem Setup ab, wenn Sie auf der Unternehmenseite beispielsweise so ein Retargeting-Pixel eingebaut haben, wenn Sie früher Kampagnen geschaltet haben, können Sie Personen auswählen, die auf diese Kampagnen reagiert haben und hier sagen, ich möchte meine Anzeige eben nur den Personen anzeigen, von denen ich bereits weiß, dass vorher Aktion X passiert ist. Beispielsweise ein Besuch auf der Homepage, wenn die nicht alle Cookies ablehnen. Die zweite Möglichkeit, neben diesem Retargeting, sind die Zielgruppen-Attribute. Und hier wählen Sie eben bestimmte Daten aus, die im Fall von LinkedIn die Nutzerinnen selbst auf ihren Profilen eingetragen haben. Einer der größten Unterschiede, auch wenn die Struktur der Kampagnen und der Aufbau einer Kampagne sehr, sehr ähnlich ist zwischen Facebook und LinkedIn, besteht darin, dass Sie auf LinkedIn in erster Linie auf Daten-Targeting die Personen selbst in ihre Lebensläufe eintragen, weil diese Lebensläufe sehr häufig für Jobbewerbungen genutzt werden. Bei Facebook gibt es da wenig Fake-Daten, die Datenqualität ist im Allgemeinen ganz gut. Bei Facebook funktioniert das Targeting nicht auf Lebenslaufdaten, sondern in erster Linie auf Interessen. Und Sie haben zwar die Möglichkeit, in Ihrem Facebook-Profil ganz explizit Interessen anzugeben und dort zu sagen, ich interessiere mich für Tischtennis, aber in der Nutzung von Facebook ordnet Ihnen Facebook diese Interessen auch automatisch zu. Jetzt überspitzt formuliert, wenn Sie einmal in Ihrem Facebook-Leben eine Kameraseite besucht haben, aus welchen Gründen auch immer, dann ordnet Ihnen Facebook für immer dieses Interesse zu. Das heißt, da ist es sozusagen etwas schwammiger. Was kann man hier nutzen? Im Bereich Unternehmen könnten wir wiederum nach bestimmten Branchen, Firmennamen, Unternehmensgröße targeten. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir verkaufen Buchhaltungssoftware für EPUs und könnte ich jetzt hier bei der Unternehmensgröße sagen, mein Produkt richtet sich nur an Ein-Personen-Unternehmen, schränke ich das mal hier ein und damit werden aus den 2,4 Millionen nur mehr 23.000. Das heißt, wir haben in Österreich eigentlich nur, und nicht besonders viel, 23.000 EPUs, die auf LinkedIn registriert sind. Im nächsten Schritt kann ich das jetzt weiter einschränken und sagen, ich weiß aber beispielsweise, dass meine Kunden ausschließlich im, sagen wir mal, Bereich Software unterwegs sind, dann kann ich jetzt hergehen und hier wiederum unter Zielgruppenattribute Unternehmen eine bestimmte Branche auswählen. Oder sagen wir Baugewerbe. Es ist ja egal, es geht nur um, meine Kunden sind alle im Baugewerbe tätig. Kann ich das hier dazu nehmen. Dann werden aus den 23.000 und sind wir jetzt schon unter der geringstmöglichen Zielgruppengröße. Bei LinkedIn und bei Facebook ist es so, dass Ihre Zielgruppe mindestens 300 Personen umfassen muss, damit Sie Ihre Werbung schalten können. Das heißt, es gibt schlichtweg keine 300 Ein-Personen-Unternehmen im Baubereich. Das ist auch eine etwas unglückliche Kombination. Warum? Weil normalerweise gerade Unternehmen im Baugewerbe natürlich keine Ein-Personen-Unternehmen sind. Wenn wir jetzt Einzelhandel und Dienstleistungen für Verbraucher dazunehmen. Haben wir immer noch zu wenig. Weitere Branchen. Schaut schlecht aus mit den EPOs. Da ist es vielleicht besser, wenn ich hier oben zu den Ein-Personen-Unternehmen nehmen wir nochmal die 2 bis 10 auch dazu. Und dann sehen Sie, sagt uns jetzt LinkedIn, mit diesen Branchen, mit diesen Unternehmen haben wir 26.000 Personen. Das heißt, Sie versuchen mit diesen verfügbaren Targeting-Möglichkeiten, sich möglichst nahe an Ihre Zielgruppe heranzutasten. Welche Kriterien Sie dabei verwenden können, ist plattformspezifisch. Wie gesagt, im Meta-Universum sind das in erster Linie automatisch zugeordnete Interessen. Bei LinkedIn sind es in erster Linie Lebenslaufdaten. Und bei YouTube können Sie auch auf bestimmte Themen oder Interessensgebiete targeten. Eben Videos, die bestimmte Keywords im Titel enthalten. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, bei einem bestimmten hypothetischen Budget von 1.600 bis 4.500 Euro in 30 Tagen, würden wir voraussichtlich zwischen 120.000 und 370.000 Personen erreichen, also wesentlich mehr als die Zielgruppe ist. Da würde im Prinzip dann jeder die Anzeige 5 bis 10 mal sehen. LinkedIn rechnet mit einer Klick-Full-Rate hier in diesem Bereich, Klicks und Kosten pro Klick. Woher kommen diese Daten, wenn die Kampagne noch überhaupt nicht angelegt ist? Nun ja, LinkedIn bzw. die Betreiber der Plattform haben ja eine Menge Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und die wissen jetzt sozusagen, üblicherweise werden klickorientierte Kampagnen bei dieser Unternehmensgröße, bekommen so und so viele Klicks. Natürlich ist das keine präzise Voraussage, sondern ein relativ breiter Range. Warum? Weil die tatsächlichen Leistungsdaten, die tatsächlichen Klicks der Kampagne natürlich von einem weiteren Faktor, nämlich der Gestaltung der eigentlichen Anzeigen, auch sehr, sehr stark abhängen. Wenn Ihre Anzeige fad und wenig ansprechend ist, dann wird sie auch bei selben Targeting im Normalfall weit weniger Klicks kriegen, als ein Sujet, auf das Ihre Zielgruppe sehr stark reagiert. Nachdem wir unsere Targeting-Kriterien festgelegt haben, wählen wir ein Anzeigenformat, unterschiedliche Medienformate, Single Images, also ein Bild und Text ist das häufigste, Carousel Ads, kennen Sie auch von Facebook, das sind die Dinge, wo man so horizontal eben weiterklickt, Video Ads, Text Ads, wir bleiben hier der Einfachheit halber mal bei dem Single Image Ad und dann müssen wir ein Budget und einen Zeitplan festlegen. Das kann man im Normalfall über ein Tages- oder ein Gesamtbudget festlegen. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte insgesamt 500 Euro ausgeben, meine Kampagne soll von heute bis zum 25. Mai, also einen Monat lang laufen, dann sind das in etwa 30 Tage, das heißt, das entspricht dann so 17 Euro am Tag in etwa. Und wenn wir jetzt hier wieder raufsehen, sehen Sie jetzt, das wird immer dynamisch angepasst, wir werden in dieser Zeit 200 bis 500 Euro ausgeben, wenn weniger Leute klicken, kommt es teilweise auch vor, dass gar nicht das gesamte Budget ausgespielt wird, wir werden diese Impressionen erreichen. Also mit anderen Worten, wir könnten hier mit einem relativ überschaubaren Budget unsere Zielgruppe von 26.000 Personen recht gut, quasi lückenlos erreichen. Nachdem wir Budget und Zeitplan festgelegt haben, müssen wir im nächsten Schritt, ich klicke hier mal auf Weiter, in weiterer Folge noch unsere Anzeigen erstellen. Social Media Kampagnen-Tools, das gilt für LinkedIn genauso wie für Facebook, ermöglichen anders als eine Printanzeige auch ein laufendes Split-Testing. Stellen Sie sich vor, Sie schalten eine ganzseitige Anzeige in der Kronenzeitung, relativ teures Format, in der Sonntagskrone, im farbigen Teil ist glaube ich die Rückseite der Sonntagskrone, im farbigen Außenteil ist glaube ich das teuerste Print-Werbe-Placement in Österreich, aber korrigieren Sie mich gern, ich bin nicht der Print-Experte. Wenn Sie da eine Werbung schalten, dann werden Sie sich im Vorhinein bemühen, eventuell Fokusgruppen machen, dass Sie schön abtesten und so weiter, aber wenn das mal gedruckt ist, dann lässt sich nichts mehr ändern. Auf Social Media ist das natürlich anders. Sie können, und das ist die normale Vorgehensweise, die man hier wählt, Sie erstellen pro Kampagne nicht eine Anzeige. Diese Anzeigenerstellung ist relativ selbsterklärend. Sie geben der Anzeige einen Namen, geben einen Text ein, eine Zieluhr, laden dann ein Bild dazu hoch, haben dann eben Ihre Anzeige. Im Fall eines Videos ist das dann eben ein Video statt eines Bilders oder ein Dokument. Aber der entscheidende Punkt ist, im Normalfall verwenden Sie nicht eine Anzeige, sondern drei, vier, fünf oder mehrere Anzeigen, starten dann Ihre Kampagne und lassen die nicht unbedingt bis zum Ende der Laufzeit durchlaufen und schauen sich dann die Ergebnisse an, sondern was Sie stattdessen machen können, ist diese Kampagne mit beispielsweise fünf Anzeigen mal eine Woche lang laufen lassen und dann nach einer Woche schauen, welche dieser Anzeigen funktioniert am besten, welche wird am meisten geklickt, welche produziert die besten Ergebnisse und dann dementsprechend die anderen Anzeigen entweder verändern oder pausieren. Das heißt, einer der größten Faktoren für den Erfolg beim Management von Social Media Kampagnen besteht darin, Kampagnen-Setups laufend zu optimieren. Ich glaube, ich mache mittlerweile, wenn ich AdWords mitzähle, seit weit über 20 Jahren unterschiedliche Formen, unterschiedliche Formate von Online-Kampagnen, wenn ich irgendwas dabei gelernt habe, dann je agnostischer man rangeht im Social Media Bereich, desto besser. Was heißt das? Es gibt Erfahrungswerte, man hat Sujets, wo man glaubt, dass die gut funktionieren. Man muss alles testen. Split-Testing, AP-Testing ist hier sehr, sehr einfach möglich und einer der Vorteile ist, dass, das macht Social Media Marketing eben nicht nur für große, sondern durchaus auch für kleine Unternehmen sehr attraktiv, dass man dieses Testen mit sehr, sehr geringen Budgets machen kann. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, der Tom Thaler, ich weiß nicht, ob er das noch macht, aber er hat lang in FH-Lehrgängen unterrichtet und hat dort im Master seinen Studierenden in den Seminaren quasi, glaubt, 10 Euro Budget gegeben und jeder musste dann eine Facebook-Kampagne machen und der Gewinner war dann die oder der, der am meisten Klicks damit erzielt hat. Das heißt, selbst mit sehr, sehr kleinen Budgets kann man da viel optimieren. Es gibt Untergrenzen. Auf LinkedIn beispielsweise müssen Sie, wenn Sie eine Kampagne schalten, mindestens 10 Euro pro Tag ausgeben. Da kann man mit 100 Euro schon durchaus rausfinden, ob das ein gangbarer und sinnvoller Weg ist. Anders als die Umschlagseite der Sonntagskrone haben, wie bereits erwähnt, Social Media Kampagnen oder Social Media Ads keine fixen Preise. Sie bieten auf eine bestimmte Aktion, wenn es um Awareness Kampagnen geht, dann bezahlen Sie dafür, dass Ihre Kampagne tausendmal angezeigt wird, klassischer Tausender Kontaktpreis. Bei Klick Kampagnen bezahlen Sie für die einzelnen Klicks. Und das sind keine festgelegten Preise, sondern es ist ein Gebotssystem. Das bedeutet, wenn Sie die einzige Person oder das einzige Unternehmen in Österreich sind, das Werbung für Ärzte auf LinkedIn schaltet, dann wird diese Werbung relativ billig sein. Egal ob Klick oder Awareness passiert. Wenn sehr viele Unternehmen Werbung für Ärzte auf LinkedIn schalten, dann überbieten sich die sozusagen gegenseitig und sie müssen dann mehr bieten, damit Ihre Werbung noch geschalten wird. Anders als eine Fernsehsendung, die eine begrenzte Laufzeit hat oder eine Zeitungsseite, die eine bestimmte Größe hat, ist ja der Screenspace im Internet nicht begrenzt. Sie könnten jetzt theoretisch in so einem Newsfeed unendlich viele Werbeanzeigen schalten, aber es gibt natürlich einen begrenzenden Faktor, die Zeit, die Personen auf Social Media verbringen. Wenn jetzt, im Fall von LinkedIn, dauert die durchschnittliche Newsfeed-Session so zwischen 9 und 11 Minuten, das unterscheidet sich ein wenig nach Smartphone und Desktop, aber in dieser Zeit lesen Personen Inhalte und die Plattformen müssen sich natürlich überlegen, das ist für sie wirtschaftlich eine ganz zentrale Herausforderung, wie viel Werbung kann ich den Leuten zumuten? Und gerade LinkedIn hat den Anteil in den letzten Jahren sehr stark erhöht und wenn sie jetzt von 10 Status-Updates 3 Werbungen sind, dann wird das vielleicht noch akzeptiert, wenn von 10 Status-Updates 9 Werbeanzeigen sind, dann werden viele Nutzer sagen, mir schaut um die Zeit, da sehe ich ja nur mehr Werbung. Das heißt, diesen Sweetspot herauszufinden, der die Verweildauer maximiert und die Anzahl der möglichen Ad-Einblendungen ebenfalls maximiert, das ist das, was Plattformen zu erreichen versuchen und das begrenzt natürlich auch schlichtweg die Zahl der verfügbaren Anzeigen. Kurz gesagt, je mehr Personen auf Social Media Werbung schalten, desto teurer wird es innerhalb der gleichen Zielgruppe für alle Beteiligten. Ja, soweit von meiner Seite ein kleiner Crashkurs zum Thema aktuelle Ad-Statistiken und Anlegen und Management von Social Media Kampagnen. Danke fürs Dabeisein, wir sehen uns nächste Woche am 2. Mai, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, an dieser Stelle wieder. Dann geht es weiter mit Personal Branding und Storytelling, zwei Themenkomplexen, die in der modernen Social Media Kommunikation, würde ich mal sagen, sehr, sehr untrennbar miteinander verbunden sind. Danke und bis nächste Woche. Danke und bis nächste Woche.